So, äh, das ist die euch schon bekannte Soundwave-Box. Das da, das war wirklich etwas. Das ist so ein Piezo-Hochtöner, äh, der hört sich aber sehr scheiße an. Das ist der richtige Hochtöner. Und das hier ist der Tieftöner. 8 Watt, der hat 10 Watt. So. Hört. Nix hier. Warum? Wahrscheinlich ein Kurzschluss. Ah, hier ein Kurzschluss. Wartet mal. Jetzt wird wirklich... Hier ist überhaupt nicht laut. Das liegt wahrscheinlich auch an diesem, den... Früher sind alle Lautsprecher irgendwie scheiße. Sieht billig von hinten aus, ich weiß. Aber ist trotzdem guter Sound, ne? Guter Bass. Über den, da kann man nicht reden. Der Hochtöner ist auch ganz okay. Nur finde ich ein bisschen leise. Ja. 8 Watt, 10 Watt, sind nur 18 Watt. Aber trotzdem. 20 Watt oder 18 Watt macht nicht viel aus. Das ist nur noch der Kondensator, oder? So sieht das von ihm aus. Und so sieht dieses Teil aus. Ja, zwei-Säge-Soundwave-Box. Aber sehr guter Klang, muss man sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Es wird wahrscheinlich irgendein anderes Video sein, aber...